Und was gab es da zu essen oder zu trinken, oder war das nur zum Trinken dieser Bikawa? Meistens ist da nur Bier, aber da gibt es auch ein paar Cocktails und so, da bestellt keiner Cocktails. Da kommt man ja extra ein Bier zu trinken, weil es extra hier so im Bierladen ist. Deswegen, Cocktails, da bestellt eigentlich keiner. Gibt zwar ein paar, aber nö. Wenn man da schon hinkommt, dann muss man schon Bier trinken. Für solche richtigen Männer. Und waren dann auch richtige Biker dort oder waren dann nur normale Gäste da? Ja, da waren auch richtige Biker. Die waren auch so bekleidet, so mit schwarzen Lederjacken, hier so richtig so cool und so. Frauen sind da meistens weniger, weil es sind ja nicht alle Frauen, die so gerne sowas hören und so. Wir waren eigentlich so die einzigen Frauen, die da waren. Vielleicht hatten die anderen nur Angst gehabt. Aber du bist ja mutig. Na klar. Ja, weil die Männer sind meistens so groß und sie sehen auch so ein bisschen gruselig aus. Ja, deswegen frauen sie nicht alle Frauen dahin zu gehen. Nur die Mutigen frauen sich das. Ja, die ja. Genau. Ja. 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 Ja.